Musik Yo Freunde, heute das Duell am Sima gegen High Boxing, David gegen Goliath. Welches der beiden Autos wird sich im Gelände besser schlagen? Die Frage ist die Größe der Autos jeweils entscheidend für die Rundenzahl. Viel Spaß! Außerdem könnt ihr meinen Kanal auf kostenlose Ehrenbasis durch ein Abonnement von euch unterstützen. Den Anfang macht gleich einen Hang, wo beide Autos jeweils schnell runterfahren müssen und dann eine scharfe Rechtskurve machen müssen, anschließend 180 Grad driften können, dann wieder geradeaus fahren können durch eine Schikane von zwei Bäumen. Darauf folgend fahren die Autos über eine große Wurzel und können dann noch ein wenig driften und anschließend durch zwei Bäume geradeaus ins Ziel fahren. Als erstes wird der High Boxing-Raché seine Rundenzeit fahren. Musik 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 Der kleine High-Boxing-Rachie konnte eine Zeit von 18,4 Sekunden herausholen. Nun wird der ASB 1B seine Rundenzeit fahren. Viel Spaß! Mit einer Zeit von 12,91 Sekunden konnte der ASB 1B die Rundenzeit der Cy-Boxing-Rachies um knapp sechs Sekunden unterbieten. Doch kommen wir nun zu der detaillierten Analyse des Fahrverhaltens der beiden Autos. Der ASB 1BL hat sich von der Rundenzeit deutlich besser geschlagen als der High-Boxing-Rachie. Doch ob er sich auch besser im Fahrverhalten geschlagen hat, klären wir jetzt. Denn so hat sich der High-Boxing-Rachie nicht seltsam, aber doch irgendwie nicht leicht kontrollierbar gefahren. Zumindest in dem Gelände, in dem wir hier gefahren sind. Denn die Reifen beim High-Boxing-Rachie sind meiner Meinung nach einfach zu dünn. Warum? Das Auto ist sehr oft ausgebrochen. Kein Vergleich zu meinem ASB 1BL, der eigentlich kaum ausgebrochen ist. Nicht nur relativ, sondern auch absolut ist der High-Boxing-Rachie deutlich öfters ausgebrochen als der Absima. Das alles hat dann dazu geführt, dass wir für den Rachie deutlich mehr Anläufe fürs Filme gebraucht haben als mit dem ASB 1BL. Durch die kleine Auflagefläche der Reifen auf dem Boden konnten die Schlappen kaum Grip fassen, bzw. generell haben sie sich eher schlecht im Gelände geschlagen. Der 1 zu 8er Absima hat sich dafür extrem gut geschlagen. Er ist schön gedriftet, konnte auch gut durch die kleinen Passagen durchfahren. Einzig negativ anzumerken war noch, dass sich das Auto nicht zu leicht wendbar durch den Parcours fahren lassen hat, da es ihm einfach etwas größer gewesen ist und leider nicht an so großem Lenkwinkel besetzt. Kommen wir noch zur Federung der beiden Autos, die sich doch hier sehr unterschiedlich verhalten haben. Denn so besitzt der ASB 1BL eine Ölfederung, der High-Boxing-Rachie dagegen nicht. Was man, finde ich, auch echt deutlich gesehen hat, da das Auto deutlich weniger rumgehobst ist, als der High-Boxing-Rachie, bei dem die Federung meiner Meinung nach zu wenig angeschlagen hat. Was aber auch daran liegen könnte, dass der Rachie einfach deutlich leichter als der Absima ist. Dafür eignet sich der Rachie aber ziemlich gut als Straßenauto. Tja, und wenn dir das Video gut gefallen hat, lass es mich doch gerne durch ein Like oder ein Abo wissen und schreib auch gerne deine Meinung zu dem Video in die Kommentare. Jede zweite Woche, Sonntag, 18 Uhr, werden hier auf meinem Kanal neue Videos zu ferngesteuerten Autos, Autos oder einem ganz generellen Hochgeladen. Autos oder einem ganz generellen Hochgeladen.